Du kannst Bluey jeden Tag auf Disney Junior sehen. Zur Einstimmung zeigen wir dir jetzt eine kleine Geschichte. Es ist Heiligabend und die Familie gibt sich abwechselnd als Weihnachtsmann aus. Aber als Bluey von ihrer kleinen Cousine Socks gebissen wird, ist sie beleidigt. Komm schon! Wo ist mein Kissen? Wo ist meine Decke? Nein! Weihnachten! Hurra! Guckt schnell unter euren Kissen nach, ob der Verandamann euch was gebracht hat. Eine Unterhose! Ein sowas! Gebackene Bohnen! Was liegt unter deinem Kissen Socks? Oh, wahrscheinlich bringt der Verandamann Kindern die Beißen keine Geschenke. Bluey! Sie hat mich gebissen! Hui! Bluey, ich finde du solltest dich bei Socks entschuldigen. Ich habe ihr beigebracht, dass der Weihnachtsmann keine Geschenke bringt, wenn man nicht nett ist. Bluey, denk nicht zu viel darüber nach, ob der Weihnachtsmann Geschenke bringt oder nicht, okay? Wieso nicht? Weil das niemals der Grund sein darf, zu anderen lieb zu sein. Na, was ist denn dann der Grund? Komm mal mit uns! Oh! Siehst du, das ist der Grund. Stell dir doch einfach mal vor, Socks hätte das mit dir gemacht. Hey Socks, tut mir leid, dass ich dir kein Geschenk gegeben habe. Ich war sauer auf dich, weil du mich gebissen hast und dich nicht entschuldigt hast. Na schön, gute Nacht, Kinder. Ihr habt jetzt lange genug rumgetuschelt. Gute Nacht! Ho, 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 nein! Ja, ho! Man möchte doch mal seine Arbeit machen. Bluey hat gelernt, dass es viel besser ist, immer freundlich und lieb zu sein. Und nicht nur dann, wenn man dafür Geschenke bekommt. Bleib dran für mehr tolle Geschichten mit Bluey. Hier auf Disney Junior.